Dort unten war das Weibchen und oben das Männchen. Das Weibchen ist immer noch dort. Man sieht es auf dem Dach. Wir sind 28.06.2022. Jetzt sehe ich nicht, wo das Dorn ist. Aber man sieht den Phönix die ganze Zeit hier. Man hört es noch mal in der Aufnahme. Man hört es den ganzen Tag, dass hier der Phönix ist. Und Schwalbe sind jetzt ganz tief vor der Flucht. Hier ist gerade eins ganz nah. Hier ist noch 1.30 Uhr Bier. Ah doch, das kann man schon. Jetzt sehen wir es. Ich meinte, wie wenn ihr schwimmen würdet. Dann sieht das aus. Wir sind am 28.06.2022. Und zum Teil haben wir das Gefühl, sie strecken zum Flügel aus. Und dann bewegen sie sich nicht, bis sie zum völligen Stillstand kommen in der Luft. Und nachher dann gerade runterfallen. Das ist das eine, was sie machen. Das andere ist, wenn sie sie selbst bewegen. Und dann gehen sie sich nicht mehr voran. Und dann geht es gleich runter. Und dann fangen sie sich wieder auf. Das ist das eine, was sie machen. Das andere ist, wenn sie selber machen. und sich nach unten waagrecht aufstellen, dann kommt ja immer der Ton raus. Dann entsteht wahrscheinlich Druck auf ihrem Körper.